Ich bin der Andreas. Podcast. Schubladen-Granulat-Faschismus. Um es deutlich zu sagen, die Gegner der Corona-Maßnahmen sind da, wo sie sein sollen. Ihre Erfolge beschränken sich auf lokale Vernetzung. Sie haben gemerkt, dass sie viele sind und sie haben gemerkt, dass die anderen noch viel mehr sind. Die Leute, die einen im Alltag anbrüllen, wegspringen oder sogar eine Viertelstunde zuhören, eifrig nicken und dann sagen, ja, aber ich will nicht sterben. Es ist doch nur die Maske. Ja, wenn man ganz nah ranzoomt, ist es eine Maske. Zoomt man etwas raus, können Menschen ohne Maske nahezu gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Zoomt man noch etwas raus, hat diese Ausgrenzung System. Denn die Masken wirken nicht gegen Viren, aber gegen Menschen. Die Maske und die Maßnahmen sollen einen Virus stoppen, der insgesamt nicht mehr Menschen tötet, als wir zum Beispiel Suizide haben. Die Maske und die Maßnahmen aber versuchen unter anderem zusätzliche Suizide. Wie kommen wir denn aus dieser Nummer wieder raus? Es werden bis heute von Regierungsseite fast nur absolute, nicht eingeordnete Zahlen präsentiert. Die positiven PCR-Testergebnisse werden auch noch fälschlich als infizierten Zahlen dargestellt. Dabei kann der PCR-Test nur Teile des Virus und nicht eine Infektion nachweisen. Ordnet man die Zahlen ein, was die Maßnahmengegner tun, sieht man sich also die Testzahlen zusätzlich zu den präsentierten positiven Testergebnissen an, stellt man überrascht fest, es gibt kein Problem. Wenn man die positiven Testergebnisse ins Verhältnis setzt, zur Zahl der Einwohner oder zu der Anzahl der durchgeführten Tests, kommen absolut beruhigende, angstfreie Ergebnisse heraus, die auch seit Monaten nicht steigen. Das kann man aber Menschen, die wegspringen oder einen nicht mehr treffen wollen, weil sie nur die in der Anzahl der positiv Getesteten als infiziert benannten Zahlen kennen, nicht erklären. Und das ist Absicht. Es kann kein Versehen mehr sein, denn es läuft trotz massiver Kritik seit über einem halben Jahr so. Und es wird von den Medien auch kaum aufgearbeitet. Die Journalisten machen ihre Hausaufgaben nicht, weil man ihnen keine aufgibt. Hausaufgaben frei im ganzen Land. Quarantäne für die Wahrheit. 50.000 Schüler sind in Quarantäne hier in Deutschland. 50.000 Kinder mit eingeschränktem Zugang zur Bildung. 50.000 Kinder, die jetzt tagsüber Betreuung brauchen. Zigtausende Eltern, die deshalb im Job kürzer treten müssen. Weltweit sind es Millionen Kinder. Etwa 500.000 Kinder werden nie wieder in die Schule zurückkehren, weil nun auch noch das Geld fehlt. Wir vergessen oft, dass diese Krise global ist. Wir reden über Masken oder Zahlen und vergessen, dass in armen Ländern wie Indien Menschen schlicht verhungern, weil die Gegenmaßnahmen ihnen die Existenzgrundlage genommen haben. Und wir müssen nicht weit weg schauen, um die Absurdität der Kollateralschäden zu verstehen. In Österreich übersteigen die Selbstmordzahlen schon die der Corona-Toten. In Deutschland liegen sie gleich auf. Nicht jeder Suizid hat mit Corona zu tun, natürlich nicht. Aber auch nicht jeder Corona-Tote ist ursächlich an Corona verstorben. Es wird wahnsinnig viel gelogen und gebogen. Die Leute können den Gegnern der Maßnahmen nicht glauben, weil sie dann alles verlieren. Wenn das wahr wäre, wenn die Tagesschau lügt, ja, dann ist es viel schlimmer als Corona. Tausche Virusangst gegen Regierungsangst. Kein Wunder, dass die Demos kaum Zulauf haben. Dieser Staat zensiert und geht massiv auf vielen Ebenen gegen die Gegner der Maßnahmen vor. Aber deshalb nicht mal vorbeischauen auf einer Demo? Nicht stehen bleiben? Ignorieren verstärkt das Ganze noch. Wir brauchen die Schwarmintelligenz und die Stärke jedes einzelnen Gegner und Befürworter der Maßnahmen müssen sich vereinigen, um ein normales Leben miteinander wieder möglich zu machen. Wer nach dem Warum fragt, kommt wie unweigerlich auf die Spur des Geldes. Der neue Faschismus, das sind keine rechten Glatzköpfe. So dumm ist der Faschismus nicht. Der neue Faschismus, das sind Amazon, Facebook, Microsoft, BlackRock, Morgan Stanley und wie sie alle heißen. Die Farbe des neuen Faschismus ist nicht mehr braun. Die Farbe des neuen Faschismus ist grün wie der Dollar, grün wie die blinkenden Nullen und Einsen auf den Monitoren der Börsenhändler. Und die Faschisten sind auch in allen anderen Farben als Antidemokraten längst unter uns. Grün sind auch die grüne Partei der digitalen Überwachung und grün ist auch Gretas Umweltbewegung, die vorneweg für eine spaßbefreite Zukunft kämpft. Unmerklich verschwindet unter dem sehr positiv besetzten Begriff des Umweltschutzes die Lebensfreude und weicht immer mehr Einschränkungen und neuem Konsum. E-Autos für alle? Saubere Gaskraftwerke bauen? Mit wessen Gas betreiben? Wohin mit alten Solarzellen und Batterien? Trotz vieler Fragen wird die Umweltagenda mit massiven Gesetzesvorstößen im Schatten von Corona vorangetrieben. Nur ein paar unverzagte Weltverbesserer setzen auf glückliche Menschen, die freiwillig ihre Umwelt wertschätzen, Tiere ebenso wie Mitmenschen. Die Faschisten dieser Tage haben auch andere Farben als grün, sie erkennen den neuen Faschismus aber leicht. An der absoluten Verweigerung des Gesprächs. Die neuen Antidemokraten verweigern jede Kommunikation mit Andersdenkenden. Nein, über dieses Thema nicht. Erstaunlicherweise funktioniert der Faschismus heute entgegen seiner Definition. Faszien sind Bündel. Il Faszie, das Bündel, hat Mussolini seine Faschisten genannt und diesen Begriff geprägt. Heute besteht der Faschismus im Ganzen aus einer granulierten Gesellschaft mit tausenden Untergruppen, die sich nur in einem einig sind, der andere ist schuld. Mit dem zu reden ist Unsinn, das mache ich nicht. Die Einigkeit besteht in der Verweigerung und so stehen sich Horden von Einzelkämpfern in immer kleineren Untergruppen gegenüber und suchen ihre Schnittmengen in der Ablehnung der anderen. Viele Untergruppen zu schaffen, scheint oft eine logische Konsequenz aus Benachteiligungen zu sein, aber sagt zum Beispiel die Diskussion um eine dritte Toilette nicht eigentlich nur, dass es immer noch nicht normal ist, auf eine der zwei anderen zu gehen, so wie man es selber richtig findet? Brauchen wir noch mehr Geschlechter und Gendersternchen? Können wir nicht einfach sagen, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch und uns in die Augen sehen? Immer mehr Untergruppen zu schaffen, in denen sich die Menschen pro Gruppe einig sind, löst keine Probleme. Es macht immer mehr Schubladen auf. Ach, so einer bist du. Mittlerweile sind die Schubladen so klein, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht mehr erkennen kann. Dabei kann man in einer friedlichen Gesellschaft alle Schubladen auskippen, den Inhalt mischen und sich freuen, was man so alles hat. Und dann kann man es ordnen oder so lassen. Wir müssen uns nur begegnen und uns respektieren. Wenn ich aber nur aus meiner kleinen Schublade rausgucke, stelle ich fest, die anderen sind alle so anders. Wenn ich etwas rauszoome, wenn ich sehe, wie jeder von diesen anderen um seine Existenz bangt, seine Familie sucht, seine Freunde schützen will, seine Schublade verteidigt, dann sehe ich, wir sind doch alle irgendwie gleich. Wir sind nämlich alle anders. Fallen wir uns in dieser Erkenntnis nun freudig um den Hals? Nein, aber wir müssen wieder miteinander reden. Wir müssen streiten, wir müssen einander zuhören und die Diskussion führen, wer in diesem Land die beste Lösung parat hat. Das können gegenderte Muslime sein, das können linksgrüne Juden oder konservative Christen sein. Es werden auf jeden Fall Menschen sein. Denn Maschinen und Algorithmen die Macht zu überlassen, ist ein fataler Fehler. Die Macht des Digitalen erleben wir in der jetzigen Granulierung mehr als deutlich. Jeder ist in seiner Bubble und hält den anderen für bescheuert. So kommen wir keinen Schritt weiter. Und ja, ich bin Teil des Problems. Auch ich denke oft, die anderen sind bescheuert. Aber ich bin bereit, mit ihnen zu reden. Weil ich weiß, dass nur das die Lösung ist. Die digitalen Schubladen, die Bubbles, die mir nur zeigen, was ich mag, die mich fernhalten von dem, was ich irgendwann mal abgelehnt habe, die treiben die Spaltung jeden Tag voran. Den herrschenden Despoten, dem neuen Geld, den digitalen Eliten, denen Facebook, WhatsApp, Google und YouTube gehören, ist es nicht nur egal, dass nun überall gespalten, gestritten und nicht mehr miteinander gesprochen wird. Es ist ihnen sogar recht. Die werden mächtiger, je mehr man seine Bubble braucht und will, je mehr man klickt und ihnen noch genauer sagt, wer man ist. Die treiben alle Untergruppen an und fördern sie. Nicht, um jetzt ein paar Klicks mehr zu haben, sondern um eine Armee zu bilden. Die Armee der Wütenden werden gegen andere Armeen der Wütenden prallen. Sie werden ohne Not und Angst Zerstörung verursachen. Sie werden die Köpfe dazu schütteln. Sie werden den Pleiten zusehen, werden mit dem Finger auf den oder die zeigen, werden schimpfen und nicht verstehen, dass sie es selbst sind, die es stoppen können, indem sie miteinander reden. Superreichen, Multimilliardären ist es recht. Wenn alle pleite gehen, ist es recht, wenn niemand mehr Vergnügen ausüben kann. Warum? Weil Multimilliardäre sich trotzdem vergnügen und nicht pleite gehen. Und wenn alle anderen pleite sind und die Strukturen zerstört, dann gehen Multimilliardäre einkaufen und schaffen neue Strukturen. Ganz konkret. Wenn auf der einen Seite die Stadtverwaltung die letzten 30 Parkplätze aus der Innenstadt entfernt, Radwege aufmalt und die Autos genau wie die Menschen in ihnen aus der Stadt verbannt, für die wenigen Unverzagten das Parken teuer macht und den Rest die Armeen der Wütenden erledigen, nämlich die Umsätze kaputt machen oder gleich das ganze Geschäft, wenn die Einkaufenden durch Masken und angeblich Rücksichtslose in Angst und Schrecken sind und zu Hause bleiben, wenn die Veranstaltungen alle abgesagt sind, die Restaurants nur noch unter Auflagen öffnen, dann sind wir genau da, wo die neuen digitalen Herrscher uns haben wollen. In Einsamkeit, in Angst und im Internet. Als gläserner Verbraucher, als jemand, der seinen Fleiß in Einsen- und Nullen tauscht und digital nicht nur seinen Konsum auslebt, sondern auch seine Freundschaften, seinen sozialen Austausch und am besten auch noch sein Sozialleben. Das ist so falsch wie wahr und es ist nur schwer, rückgängig zu machen. Wir müssen es aber tun. Wir müssen nett sein statt Netflix und Miteinander statt Microsoft und alle zusammen statt Amazon auf unsere Agenda setzen. Auf den Demonstrationen der Maßnahmengegner sieht man überwiegend Solidarität und Frieden unter oft komplett Andersdenkenden. Eine von außen oft als merkwürdige Querfront wahrgenommene Ansammlung von Granulierten, die über das reine Vereinen gegen einen gemeinsamen Gegner hinaus bereit sind, aus ihren kleinen Schubladen herauszusteigen, sich die Hände zu reichen und über neue Wege zur Menschlichkeit nachzudenken. Das ist ein Anfang. Wir müssen zurück in die Menschlichkeit, analog von Mensch zu Mensch. Das ist ein Anfang. So zum Anfang. So zum nächsten Mal.